heute mal keine bastelzeit sondern wir gucken uns ein paar sachen aus der vergangenheit an wir sind also ein paar sachen in die hand gefallen beim räumen und wollen ein bisschen geschichtskunde machen mit alter technik ja ich denke mal so was hier hat jeder von euch heutzutage ein gutes smartphone gut ist relativ aber die dinger können so ziemlich alles was man unterwegs braucht oder wir können damit telefonieren wir können fotos und videos machen bei einigen modellen kann man sogar sein kopfhörer anschließen und sinnvoll musik oder podcasts mithören und so hat man im prinzip alles unterwegs dabei man kann notizen machen und kalender verwalten kontakte verwalten alles was man so braucht aber naja die smartphones sind halt einen langen weg gegangen und wir wollen mal jetzt in die historie gucken denn ja anders als einige gerne behaupten nein apple hat das nicht erfunden solches zeug gab es schon vorher und ich würde sagen wir gehen jetzt erst mal auf die älteste variante die man als smartphone bezeichnen könnte von den geräten die ich hier habe und das ist der hier man sieht schon ein loko von irgendein telefonanbieter drauf und das ding heißt m d h damals hießen die dinger noch nicht smartphone noch nicht so wirklich sondern das hier steht für mobile digital assistant das ding hier ist natürlich nicht von diesem mobilfunkbetreiber rausgegeben oder hergestellt worden dahinter steht die firma htc die war lange sehr groß im smartphone markt ich glaube heute sieht man sie kaum noch und im prinzip ist das ähnlich wie die heutigen smartphones wir können eine sim karte reinlegen haben eine kamera eine frontkamera gibt es hier bei dem nicht also selfies ist nicht zu machen und hör akku rein können unterwegs damit arbeiten speaking of akku laufzeit vom akku 12 vielleicht drei tage sind damit durchaus drin wenn da leer ist kein problem holt mal den akku raus tut den nächsten rein ist eine sehr praktische funktion die leider bei den meisten aktuellen mobiltelefonen fehlt na gut inzwischen haben wir ja power banks damit kann man das ein bisschen ausgleichen das ding hier hat ein paar sachen die man heute so kaum noch findet gehen wir mal gerade durch also hier haben ein lautstärkeregler ich glaube das ist selbst bei heutigen handys noch üblich haben ein knopf für die kamera hier oben haben wir den ein ausschalter und eine mini sd karte müsste das sein zwei gigabyte da konnte man seine fotos dann schön darauf speichern und den speicher erweitern wenn das ein problem ist im hintergrund geht mir das richtige smartphone gewaltig auf die dinger sind definitiv nerviger als früher andere seite wir haben einen chat button wir haben nochmal einen kamera button ich glaube den auf der anderen seite das war glaube ich frei zuweisbar was der macht auf der unterseite denn der hier der schieber der macht das batteriefach auf eine mini usb buchse zum laden und der obligatorische kopfhöreranschluss so zwei sachen habe ich jetzt noch nicht gezeigt das erste ist hier dieses loch da steckte normalerweise ein stift drin denn ja heute kostet ein stylus eine menge geld früher steckten die einfach hier unten drin das hier ist von einem anderen modell deswegen passt da nicht so ganz aber prinzipiell hattet ihr den hier unten drin konnte den hier an der seite rausziehen und der ist ein bisschen klein man kann die üblicherweise auch noch ausziehen und damit kann man dann schön hier auf dem display tippen denn meistens waren die hier resistiv resistiv hat den vorteil dass sie auch mit handschuhen und allem möglichen funktionieren allerdings sind sie nicht ganz so genau jedenfalls nicht mit den fingern können kein multitouch das heißt da ist dann der hier vorteilhaft das zweite was ich nicht erklärt habe ist das hier das ist eine schnittstelle die sieht man heute kaum noch nämlich infrarot da steckt eine leuchtdiode drin und ein fototransistor und so kann er mit anderen geräten infrarot haben kommunizieren früher gab es zum beispiel viele laptops die das hatten das heißt man konnte so drahtlos mit einem laptop kommunizieren wird heute kaum noch benötigt weil bluetooth wlan ist ja alles da gut haben wir sonst noch etwas ja haben wir nämlich hier hinten dieses teil hier das kann man auch ausmachen mal gucken ob ich irgendwas habe dafür nicht ganz zerstörungsfrei aber ich komme leider nicht rein das plastik zerlegt sich aber darunter befindet sich ein antennen anschluss da konnte man eine externe mobilfunk antenne und gps antenne anschließen für den fall dass das handynetz halt nicht gut war früher gab es relativ wenig stationen heutzutage hat man ja quasi überall empfang außer man ist in deutschland auf dem land aber so konnte man da den empfang verbessern gut vorderseite nicht viel zu sagen haben knöpfe hier oben noch mal einen für e mail einen für webbrowser zwei belegbare steuerkreuz mit ok annehmen ablehnen etwas was ich mir heute bei vielen geräten noch wünschen würde diese geräte hat meistens aber noch etwas besonderes und zwar naja die waren halt optimiert für leute die unterwegs gerne arbeiten wollten das heißt also vielleicht meine e mail schreiben vielleicht mal irgendwie was im adressbuch oder kalender eintippen und das ist mit so einem touchscreen natürlich nervig vor allen dingen wenn es halt kein vision oder sowas gibt die software war ja noch nicht so weit deswegen die ihr üblicherweise dieser wunderschönen tastatur zum ausschieben und konnte die entsprechend dann hier so holen und dann unterwegs hier fleißig rumhacken oder einfach nur arbeiten wie man es nimmt ja wir können mal gucken ich glaube mini usb kabel habe ich sogar noch eins vielleicht geht er auch ohne akku an weil den habe ich jetzt nicht gefunden will wohl nicht ohne akku schade und doch es läuft noch mit einem kleinen netzteil wie man sieht cyberdyn sky net division ist glaube ich nicht ganz original ja das habe ich damals schon gerutet um ihr custom os drauf zu machen allerdings naja das hier ist wenn ich richtig im kopf habe kein android sondern windows mobile 6.5 android gab es damals noch nicht als das hier rauskam jedenfalls glaube ich dass vielleicht die anfangsphase aber naja windows mobile war doch so das verbreitetes system heute kaum noch zu finden okay das sieht schon mal gut aus hier sehen wir auf dem blog screen wir sehen hier oben schieben wir sehen den status hier oben keine datenverbindung keine mobilfunkverbindung vibrations alarm der akku ist angeblich voll das ist mein netzteil und die uhrzeit jetzt natürlich nicht stimmt war lange zeit nicht eingesteckt jetzt will er sogar noch eine pin haben so jetzt aber wir sehen hier den startbildschirm sim karte fehlt gut interessiert uns nicht und das hier ist der standard startbildschirm den es so gibt wir haben hier entsprechend ein custom launcher der ist normalerweise nicht mit dabei in dem fall hier haben wir eine uhr datum ungültige sim ja wie viel e-mails haben wie viel sms werben wie viel anrufe werben hier unten können wir umschalten zwischen dem hier ein paar vip kontakten dem aktuellen wetterbericht ein paar programme musikplayer und hier hinten drüber können wir die lautstärke vibrationsmodus und so einstellen darunter aktuell die termine eingeblendet man konnte den homescreen auch so ein bisschen customisen was man aber schon sieht das ist nicht geeignet für pranken also der stift hatte schon seine wahrseinsberechtigung im unteren rand haben wir noch kalender und kontakte als schnell zugriff und das magische startmenü wenn wir da mal reingehen dann sehen wir da haben unsere ganzen apps es gab keinen app store oder so man konnte aber durchaus zum internet apps runterladen das ist dann quasi wie so eine setup exe für windows waren das hier cap dateien so konnte man dann auch drittanbieter apps installieren im startmenü selber können wir entweder hier mit den fingern scrollen wenn man trifft da oder hier unten haben wir ja auch unser steuerkreuz als taste unten drunter sieht man jetzt nicht aber ihr seht über die tasten kann ich das auch so ein bisschen bedienen was hier mit drauf ist schon von anfang an das ist microsoft office das heißt ein kleines word und ein kleines excel wenn man also unterwegs mal was aus einem e mail anhang an word dokumenten machen möchte könnte man das aber bitte tut mir einen gefallen benutzt bitte keine proprietären office formate und benutzt bitte e mail nicht um dateien von a nach b zu schaffen das ist nicht dafür gedacht so was haben wir noch wir haben ein paar spiele drauf solitär und bubble breaker wir können eine runde zocken hier aber dafür sind wir nicht hier was haben wir noch becker task manager album und natürlich die kamera die kamera auch überschaubare leistung wo können wir hier was einstellen da unten dann sehen wir hier die auflösung geht hoch bis maximal 1280 x 1024 pixeln bei foto alternativ können wir auch videos aufnehmen und das geht in mpeg 4 mit einer maximalen auflösung von 176 x 144 pixel kleines besonderes feature dieser kamera wir können sogar einen blitz einschalten wenn man die led hinten so nennen möchte achtet mal hier hinten auf den hintergrund wo ihr drin vorbei sehen könnt und ich halte jetzt mal ein und da da es wird hell wow und hier können wir dann jetzt sehen ich dahinter gehe da ist sogar ein bild ja gut wirklich viel anderes kann man damit nicht machen es gibt auch keine erkennung wie rum man das gerade hält sondern ab mal hier an und dann probiere ich das mal da rauszuholen was man gemacht hat um das bild zu drehen auf querformat ist dann entsprechend hier aufzuklappen zack und dann sind wir im auflösung schon sehr dünn aber man konnte immerhin hier sachen tippen ich bin gerade mir nicht sicher ich glaube hier das gerät hat einen defekt gehabt dass die tastatur nicht mehr sauber funktioniert ich meine nämlich dass die sogar hintergrundbeleuchtung hatte gerade hier rein und ja hier lässt sich nichts tippen also da stimmt irgendwas mit der tastatur nicht normalerweise konnte man hier so dann damit arbeiten na gut können wir wieder zu machen und natürlich ordentlich runterfahren nicht runterfahren doch das gerät hat ausgeschaltet sind sie sicher ja so das hier war jetzt wie wir gehört haben ungefähr noch vergleichbar mit so einem heutigen handy ich meine viele der funktionen die wir bei einem heutigen smartphone haben die hatten wir auch hier insbesondere wenn man natürlich bedenkt dass der rest meistens mit sowas herum gelaufen ist und der funktionsumfang von so einem klassischen handy zu so einem mda ist halt doch schon ein bisschen größer und ja das ist nokia und ja ich bekomme auch ein nokia kaputt don't judge me wir haben eine kamera wir haben mobilfunknetz wir haben sogar einen web browser was es halt nicht gibt hier gibt es keine selfie kamera es gibt keine möglichkeit für video chats nur ganz ehrlich das ding hier ich glaube das kann maximum edge mit etwas glück vielleicht 3g aber ich glaube noch nicht mal das damit möchte man sowas auch nicht benutzt haben von daher aber die grundfunktionen sind ähnlich das hier war aber auch nicht so das erste was man natürlich unterwegs dabei hatte sondern elektronische helfer gab es auch schon vor denen viel vor denen einen davon den habe ich noch so in halben bauteilen das ist dieses hier ohne display aber man sieht schon in dell axim und pocket pc technisch ist das relativ ähnlich zu dem hier es läuft auf beiden ein windows mobile 6 wenn ich mich richtig entsinne allerdings hat er hier schon einen wichtigen unterschied zu den ndrs das ist nämlich ein noch gucken pda pocket digital assistant wo ist jetzt der unterschied zwischen mobile und pocket naja das hier ist quasi der nachfolger man hat das hier extra mit m vermarktet um zu signalisieren dass der hier eben mobil ist der jetzt nicht mobil also er ist schon mobil er hat einen akku hinten drin wir können das ding mitnehmen aber der hier hat kein handynetz dieser hier der hat nämlich so ziemlich gar kein netz das ist wirklich eine abgeschlossene einheit mit diesem betriebssystem und die einzige möglichkeit die man hier hat daten drauf zu bekommen ist entweder hier oben über diesen compact flash card slot modern modern da kann man eine speicherkarte rein tun eine alternative wäre es gab für compact flash auch ich glaube wlan karten um damit ins wlan zu kommen oder ihr seht eventuell so zwei pinnöppel das ding hat auch infrarot das waren also die möglichkeiten auch ich sehe gerade der hatte sogar noch eine sd kartenslot einer seite also voller auswahl sd oder compact flash ansonsten viel identisches haben hier normalerweise den großen bildschirm haben den power button wir haben das steuerkreuz mit ok wir haben die e mail taste eine home taste eine kalender taste eine kontakt taste auch hier ein lautsprecher an der seite ich glaube dass sie müssten kopfhörer anschluss sein und was auch immer das daneben war lautstärke regler das war's wichtiger unterschied an der rückseite zum einen haben wir auch hier den akku entsprechend natürlich ohne sim kartenslot aber hier oben ist noch ein teil und zwar steckt dahinter noch eine kleine knopfzelle wofür ist diese knopfzelle der hier hat kein flash speicher das heißt also das was wir heute haben mit einem speicher wo wir daten reinlegen können quasi wie eine festplatte hat der hier nicht der hat nur eine art ram und ram behält die daten nur so lange wie strom da ist wenn man jetzt den akku tauscht oder der akku leer ist wäre das ungünstig weil alle daten die darauf gespeichert sind sofern sie nicht auf compact flash oder sd karte wären die wären alle komplett weg deswegen diese batterie die hat dafür gesorgt dass speicher und uhr weiter funktioniert haben auch wenn der hauptakku leer war und das gerät quasi tot wie wir sehen der hat schon ein bisschen was hinter sich gehabt wir können das ding auch mal aufmachen ich habe glaube ich sogar irgendwo noch im ganzen davon aber ich habe mir jetzt auf die schnelle nicht gefunden und einen kleinen lautsprecher hier das system board was ist das hier hier ist sogar noch eine batterie drin ja und wenn wir hier gucken wir haben ja eigentlich nicht viel an technik wir haben hier einen sehr großen chip das dürfte der speicher sein infineon media queue ich ziehe meine aussage zurück der kopfhöreranschluss ist hier oben das andere seite waren zwei taster und hier ist die magie das hier ist nämlich der prozessor ein intel und zwar ein intel px a 255 a 0 c 300 das ist ein intel x scale prozessor das war so damals was man haben wollte so höchste geschwindigkeit und so weiter ansonsten jede menge zeug drum rum noch mal speicher noch ein paar chips hier oben da dürfte noch das rom drauf sein oder die prom für das betriebssystem wir müssten auch irgendwo was haben für den touchscreen controller aber im prinzip jede menge was da außen rum ist ich hatte eben ja schon gesagt dass das hier kein mobilfunknetz und kein wlan und kein bluetooth hat aber trotzdem wollte man damit ja irgendwie e-mails lesen oder zumindest mal so wenn man irgendwie mit dem zug fährt oder so ein paar sachen beantworten können das hat man natürlich dann auch irgendwie versucht sinnvoll zu machen ich meine klar man kann das ding bei infrarot neben seinen laptop legen und dann so daten übertragen aber die meisten leute haben eher was anderes benutzt und zwar eine sogenannte cradle das ist hier so ein ding hat man sich auf den schreibtisch gestellt ist wie wir sehen können ein sehr futuristisches design mit diesem komplett spiegelnden pseudo transparenten lack jedenfalls konnte man das gerät hier holen hat das hier rein gesteckt das sollte aber passen so jetzt aber und so hat er dann geladen den internen akku gleichzeitig aber auch die daten synchronisiert das ganze kam dann natürlich vom pc dafür haben moderne leute das hier benutzt aber das hier ist usb an dieser cradle hier usb ist habt ihr eventuell schon mal gehört das ist ein ganz modernes zeug aber ganz ehrlich das wird sich nie durchsetzen das stürzt ständig ab und so deswegen haben die meisten eher diese cradle hier gehabt und die hat natürlich den vernünftigen guten alten seriellen port ja wie ihr seht hier sind noch ein paar besonderheiten zum einen wenn wir hinten reingucken dass eine menge platz hinterm gerät es gab extra dicke akkus die noch nach hinten raus gestanden haben mehr kapazität hatten die passen hier auch mit rein und speaking of akku jetzt haben wir noch ein slot da konnte man ein ersatz akku reinstecken und auch den schon mal laden wenn es eine längere fahrt wurde konnte man so dann zwei akkus mitnehmen wenn während der fahrt irgendwann der akku mal leer war hat man einfach getauscht und hatte noch einen vollen in der rosentasche ja viel zeigen kann ich hier bei dem natürlich nicht kann nur berichten der hat mich lange begleitet wenn auch mehr zum spielen als zum arbeiten um ehrlich zu sein aber man kann damit durchaus lustige dinge machen ich hatte glaube ich sogar mal q emu drauf laufen und dann windows xp drauf gebootet aber das nein möchte man nicht haben das dauert bis das geladen hatte so eine generation können wir noch zurückgehen und zwar haben wir die ganze zeit von windows mobile geredet inzwischen halt ohne jegliche form von mobilfunk oder wlan und das können wir noch mal weiter treiben mit dem hier das hier das ist der casio casio pia und er ist noch mal eine generation älter können wir oben auch schön sehen power by windows ce palm size pc das hier ist also der vorgänger von windows mobile damals hieß es noch windows c ich glaube compact edition müsste das sein und das hier ist auch kein pda sondern ein palm size pc selbstverständlich meint microsoft damit dass das ding in die hand reinpasst und quasi ein kompletter pc ist das hat nichts damit zu tun dass ein konkurrent ein gerät hat was palm hieß oder die firma hieß palm auch der hier ja mit einem entsprechenden bildschirm ausgestattet aber kann ich schon mal sagen der hier war nur schwarz weiß ja farbe kostet extra auch hier aber ein paar bekannte sachen wir haben steuerkreuz wir haben ein paar taster für verschiedene funktionen wir haben hier oben den compact flash card slot wir haben hier sogar den stift noch dabei oder zumindest teile von dem stift an der seite netzteil anschluss power aktionsbutton auch hier der hoch runter für die lautstärke noch ein knopf dieses schwarze ding ist der e airport den gab es also auch schon da und selbstverständlich wie bei jedem gerät einen kopfhörer anschluss pardon bei jedem vernünftigen gerät hier oben haben wir noch eine led was haben wir noch auf der rückseite sehen wir nicht allzu viel außer dass es hier keine lithium zelle gibt sondern man hat triple a batterien reingemacht und daneben der übliche speicher batterie block der dafür gesorgt hat das entsprechend da die speicherinhalte nicht verloren gehen hier haben wir sogar ein hinweis achten sie immer darauf dass die hauptbatterien richtig eingesetzt sind bevor sie die sicherungs batterie entfernen ja okay gut haben wir sonst irgendwas auf der unterseite haben wir noch so ein dock hier den hat eine schiebetür hat man dem spendiert so dass da kein dreck reinkommen kann attention to detail und so seite hat sonst nichts und ja a batterien finde ich noch das heißt bei dem können wir mal gucken ob man den eventuell sogar noch in funktion bekommen gerade gucken ob ich so richtig rum einlege mit gold kontakten dass da nicht so schnell was korrodiert falls doch mal eine batterie ausläuft und dann gucken wir mal ob der hier noch angeht power viel tut sich da leider nicht schade ich probiere es gleich noch mal ein bisschen weiter zudem gab es natürlich auch eine entsprechende cradle wie auch bei den anderen das heißt man hatte hier das ding und konnte dann auch den hier reinsetzen auch der hier mit dem obligatorischen seriell anschluss dass man auch eine vernünftige pc verbindung hat und ja der hat noch als kleine besonderheit einen taster um das ding hier raus zu hebeln einfach mit dem hintergedanken ja diese anschlüsse hier die sind ein bisschen wackelig das heißt wenn da jemand ein bisschen grob ist und das versucht so da raus zu reißen dann könnte der da durchaus abbrechen deswegen haben wir hier einen entsprechenden ejector der drückt einfach nur das ding nach oben und versorgt so das ding gut ich versuche jetzt trotzdem mal dieses ding hier in betrieb zu kriegen weil das hätte ich schon gerne dann schauen wir mal ob man da noch ein paar unterschiede sehen können und leider nein weder mit frischen batterien frischer sicherungsbatterie oder netzteil lässt sich das ding hier überzeugen zu starten ich sehe jetzt zwar so drei milliampere an strom der da reingeht aber einschalten tut er nicht schade ja prinzipiell was ich gesehen habe hier unten sieht man so ein weißes ding durch den schlitz da durchgucken das ist ja eine sicherung aber ich habe die befürchtung die gilt ohnehin nur für die batterien und wir sehen ja auch das was fließt von daher ich glaube nicht dass es daran liegt schade okay will also nicht ich kann nur vermuten eventuell gibt es noch irgendwie einen schalter der frei gibt wenn der batteriedeckel drauf ist oder sowas den habe ich jetzt so nicht gefunden also gucken wir einfach mal ins innere was wir denn so da finden können ja wenn wir es schon nicht in funktion sehen können dann gucken wir wenigstens was wir da drin haben und ja was erstmals auge sticht ist natürlich hier dieses kleine board und wenn wir darauf gucken da scheint ein flash drauf zu sein ich gehe davon aus dass das die firmen wäre ist man hat das ganze hier wohl entwickelt und wollte sich aber nicht auf eine spezielle firmen wäre oder so einigen oder es in der produktion einfach haben dass man nicht irgendwie im gerät flächen muss deswegen kann man hier zwei schrauben lösen und hat dann hier die firmware quasi lose in der hand mit hier so ein board to board connector und so kann man die also wie gesagt ich vermute es ist die Fernwärter kann auch was anderes sein aber kann man die offensichtlich tauschen Hauptcontroller hier ja BH6095 KV keine ahnung ist vermutlich irgendeine eigenentwicklung 93 könnte die das ja sein könnte mal daumen hinkommen was hier noch auffällt ist die mischung an verschiedenen smd größen einmal hier diese riesigen smd vermutlich kerkos oder tantal aber sieht mir nach kerkos aus und gleichzeitig haben wir dann daneben hier unten zum beispiel 0402 was ja doch schon eher klein ist ansonsten hier nicht viel zu sehen wir haben hier den empfänger sender jede menge power supply zeug also spulen überall ähm ja wir haben einen schalter hier der tatsächlich wie ich eben vermutet habe gekoppelt ist mit der mit dem mit dieser tür verriegelung hier wenn der auf free ist dann wird er gedrückt wenn er auf lock ist dann ist er nicht mehr gedrückt wie es aussieht also offensichtlich gibt es da irgendeine detection ob das batteriefach eingesetzt ist oder nicht ansonsten nicht viel zu sehen machen wir mal uns weiter hier haben wir zwei flachband kabel und dann kommt hier das ganze raus gucken wir erstmal auf die rückseite muss jetzt ein bisschen aufpassen im batteriefach da ist noch irgendwas drin das ist aber einiges was da noch sich versteckt der mein großen chip von casio das dürfte dann wohl unsere cpu sein oder ein teil davon nm 2004 co m2k und ein nec d30 1111 s1 die sind hier mit irgendwas roten gemacht ich gehe davon aus dass das wohl andere fehl sein könnte oder sowas ansonsten hier noch ein quads 18,4 32 megahertz oszillator das sind irgendwas aus korea ich gehe davon aus dass es wirklich eine art ram oder flash ist und das ja ja gute frage wofür das ist das ding hier ihr seht ja das ist offensichtlich so mehr oder weniger nacktes silizium und was es schon mal gibt solches lizeum kann lichtempfindlich sein andererseits ist es halt da drin da sollte auch kein licht hinkommen aber vielleicht sind sie auf nummer sicher gegangen sonst hier unten haben wir noch einen verbinder da waren die frontblätter dran können wir auch mal drauf gucken das sind auch noch ein paar schöne sachen haben hier den verbinder werden klar die tasten und so weiter werden hier ein mikrofon mit den drähten und wir haben einen lautsprecher und auch der sieht etwas seltsam aus weil wenn wir unten rein gucken da haben wir offenbar jede menge lackdraht der dann auch hin und her geht bis das auf die platine geht passt dann fehlt nur noch das display das sieht hier so aus wir haben auch hier jede menge zeugs außen rum erst mal sehen wir hier schon eine vordere platte mit diesen vier streifen hier die hier reingehen das ist der touchscreen klassischer resistiver touchscreen die arbeiten meistens mit so vier drähten ist einfach ein analoger wert der irgendwo hier ausgewertet wird dann haben wir hier wie wir sehen können hier 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 und hier jeweils an bindungen ans lcd das dürfte dann wohl die einzelnen reihen und spalten seien zumindest hier bei denen bei denen hier da ist noch irgendein chip und flex würde ich schätzen das heißt hier ist noch ein ic drauf der das ganze noch mal ausfächert das heißt hier ist nicht wirklich alles einzeln ansonsten noch mal stromversorgung hier vermutlich um die hintergrundbeleuchtung zu betreiben hier oben irgendeine art von verstärker vermutlich für den touchscreen und die beiden hier was vermutlich nie die gehen hier hoch wenn ich richtig sehe wo ist ich sehe gerade jetzt auch chip und flex drauf also noch mal weiter auseinander ja dürfte irgendwas mit display vermutlich zu tun haben so wie der aussieht na gut bisschen schade dass er nicht mehr angeht das hätte ich natürlich gerne mal geguckt ob das wirklich noch geht ist auf jeden fall schon eine sehr alte technik die da dahinter steckt aber man konnte auch damit schon recht produktiv arbeiten gerade so um ein paar notizen zu machen oder seine kalendereinträge unterwegs dabei zu haben war das eine relativ gute sache denn ihr müsst halt bedenken als hier die raus kamen da war es doch eher noch üblich dass man sein kalender entweder zu hause hatte das heißt wenn man unterwegs einen termin bekommen hat musste man sich den merken oder man hatte ihn halt in einem buch dabei gehabt was aber halt auch eher nervig ist weil buch ist groß es ist nicht verschlüsselt es gibt nirgendwo irgendeine form dass man das ding schnell erweitern kann dass man einfach rein schreiben kann man muss also immer noch einen stift dabei haben das ganze ist relativ schwer wohingegen die hier quasi schon leichtgewichte waren zumindest für die größe was sie da alles speichern konnten so wollen jetzt nochmal zusammen probieren wir das gleich nochmal mit dem taster einen versuch gebe ich dem noch weil hier ist ja nicht wirklich was drin was irgendwie ein problem sein dürfte so kann noch mal gucken das müsste gehen touchscreen im übrigen ich weiß nicht ob man es erkennen kann aber hier unten steht sogar noch eine typen bezeichnung oder ein hersteller name nämlich alps das ist eine firma die kennt man auch heute noch das ist nämlich tatsächlich ja ich glaube die machen heutzutage hauptsächlich so potis und so weiter und ja das war halt früher auch so der aufbau hatten hier diesen touchscreen auf der vorderseite das ist wirklich ein separates glas was einfach nur lose drauf liegt auf dem eigentlichen display selber vorteil von der ganzen sache natürlich wenn das glas vorne kaputt geht mit dem touchscreen das kann man sehr einfach tauschen ich glaube ich habe damals für ein handy um bei einem handy so ein glas zu tauschen irgendwie keine ahnung 7 8 9 euro für das glas bezahlt und damit war das thema erledigt wohingegen heute das meistens mit dem tft dahinter verklebt ist da kostet dann so ein display mal eben irgendwie 50 60 je nachdem was man hat und das war hier nicht der fall verklebt hat natürlich den vorteil das ding kann nicht rutschen man hat eine höhere genauigkeit aber ich weiß nicht die alten gefielen mir irgendwie besser ja schade dass der hier nicht möchte aber gut sehr dürfte auch ein paar jahre mehr auf dem buckel haben es gab vorher dem natürlich auch noch andere geräte die ähnliches konnten beispielsweise die ganzen pocket organizer das war dann eher so wie soll man das nennen ein kleines ding zum aufklappen hatte meistens auch nur ein text display drin aber die hatten nur sehr eingeschränkte möglichkeiten mit einem pc zu kommunizieren hatten üblicherweise keine möglichkeiten wirklich apps zu installieren da gab es vielleicht so zwei drei vom hersteller aber so ein wirkliches universelles app zeugs gab es nicht da waren hier diese windows c geräte doch eher so in meinen augen mit das erste was es da gab nur gut ich gucke gerade noch mal rund ob ich eventuell noch ein gerät habe und ich habe hier noch ein gerät gefunden das ist ebenfalls windows mobile wie wir sehen können das ist schon farbdisplay das ist jetzt windows mobile 5 müsste das sein der andere war ja 6 hier bei dem leider der touchscreen kaputt deswegen kann ich nicht allzu viel machen glücklicherweise gibt es unten drunter eine tastatur hier mit der man so ein paar zahlen zumindest eintippen kann und auch so sachen machen kann wie hier einmal das startmenü navigieren das ist natürlich dann schon mal ganz praktisch und der hier der hat was ganz besonderes denn haben wir auch die große blaue taste und die macht auch was und das sieht man jetzt nicht aber der macht licht der macht natürlich nicht umsonst licht das ding hier ist ein barcode laser ist hier integriert muss man gerade einen barcode angeln das hier zum beispiel dann können wir den hier scannen es piept und er tippt hier die nummer ein die dinger hier kommen natürlich in der industrie dann sehr viel zum einsatz ich denke ihr habt sie eventuell schon mal gesehen paketdienste oder auch in entsprechenden herstellprozessen um da sachen nachzuvollziehen die dinger hier sind schweine teuer wenn man die kauft also ein neues gerät von der aktuellen generation kann man locker ein paar tausend euro rechnen das ist ein realistischer preis für sowas muss man natürlich schauen das sind meistens spezial anfertigungen das jetzt zum beispiel wenn wir oben rein gucken mit diesem wunderschönen barcode scanner was mich ein bisschen wundert wir sehen hier in der mitte ist so eine kamera aber ich weiß eben nicht in der lage in 2d barcode zu scannen also gerade zur erklärung das hier das ist ein sogenannter 1d barcode der besteht nur aus balken wohingegen das hier zum beispiel so ein klassischer qr code das ist ein 2d barcode weil der in zwei richtungen geht den liest er hier zumindest in der form offensichtlich nicht kann sein dass das anders konfiguriert werden muss aber meistens hat man hier die geräte und kauft die passen zu seinen prozessen die man in der firma verwendet und die werden dann entsprechend speziell mit einem passenden scannermodul ausgestattet mit den passenden funktionen jeder zum beispiel der wird üblicherweise mit hier so einer trage schlaufe kann man den verwenden reinklippen dann sehen wir schon haben hier was wo wir die hand dann hinten rein stecken können kann man den so schön mitnehmen kann hier mit dem daumen noch ein bisschen scannen das geht alles relativ gut man kann aber auch hingehen kann die trage schlaufe hier aushängen wie wir das eben hatten und dann gibt es zum beispiel den hier das ist einfach nur so ein griff mit einer taste die taste macht aber im prinzip nichts jedenfalls nicht elektrisch denn die bewegt hier lediglich einen magneten vor uns zurück und hinten am gerät hier drunter befindet sich entsprechende magnet sensor das heißt wir können uns das gerät nehmen können das hier entsprechend rein klippen ist auch drin mir da mein stift ein bisschen eingeklemmt so stift wieder frei und jetzt können wir entsprechend hier rein durchdrücken den barcode scanner aktivieren und dann so entsprechend hier arbeiten und dinge scannen sinnvollerweise natürlich mit passender software aber sowas funktioniert natürlich dann auch ihr seht also smartphones gibt es nicht erst seitdem da gewisse hersteller das große in den massenmarkt gespült haben auch früher hat man schon unterwegs seine sachen dabei gehabt und der funktionsumfang ist zum teil doch schon relativ ähnlich gerade bei dem hier werden wir schauen wir haben eine kamera wir haben internet mobil wir haben die möglichkeit da töne zu hören und gerade die ganzen pimp funktionen also das informationsmanagement für einen selbst sprich adressbuch sprich kalender sprich to du listen das gibt es auf allen geräten bereits seit ewigkeiten und sogar noch viel früher wie gesagt vor denen hat man auch andere geräte noch gehabt die dann aber keine abs konnten deswegen habe ich die hier nicht weiter aufgeführt heutzutage ist das natürlich alles obsolet zum einen weil neue geräte haben natürlich deutlich mehr funktion als das was wir hier haben zumindest zum großteil der barcode scanner hier ist halt immer noch etwas was man eigentlich haben möchte zum zweiten was halt auch bei denen hier natürlich das problem ist die technik ist vollkommen veraltet die können teilweise noch nicht mal wlan oder wenn sie wlan können dann ist es nur 2,4 gigahertz und eventuell auch noch ältere standards das heißt sobald ihr die mit eurem wlan verbindet geht die mögliche geschwindigkeit für alle anderen geräte im netzwerk ziemlich runter das will man eigentlich nicht haben deswegen nur noch in sonderanwendungen wirklich eine option den hier werde ich versuchen noch mal in betrieb zu kriegen so für mein lagermanagement hier bevor es in der kiste rum liegt und wir haben gesehen er geht noch an und das obwohl steht hier irgendwas drauf von wann der ist lasst mal schauen elf jahre müsste der jetzt auf dem buckel haben wenn ich richtig sehe 2009 rum ich hatte gedacht er wäre älter aber offenbar nicht offenbar war halt schon damals als hergestellt wurde die technik die drin ist nicht mehr ganz so modern na gut kleiner blick in die historie und auch wenn einige von den geräten leider nicht mehr wollen naja die waren in meiner kiste und wurden nicht ganz so gelagert wie man das hätte machen sollen deswegen nicht verwunderlich ich hatte nicht vor die nummer einzusetzen dass da ist es dann nicht ganz so verwunderlich dass die nicht mehr tun aber haben gesehen die beiden hier die klappen durchaus noch sogar noch mit dem original akku also ja macht das mal mit einem elf jahre alten lithium akku das ding noch mal hochfahren funktioniert offenbar hier den geräten und ich würde mal sagen damit tun die dann noch was sie damals eigentlich sollten